Kuckuck, da bin ich wieder, Marrow's Edge Kettles, Folge 26? Ich glaube schon, wir gehen ins Kingdom. Doch ne, Entschuldigung, mit meiner Schwester. Zu spät, Faye. Ich werde Kruger eine Botschaft schicken. Dann müssen sie mich auch erschießen. Überleg dir genau, und zwar ganz genau, was du als nächstes sagst. Sie ist nicht Krugers Tochter. Sie ist Catelyn Connors, meine Schwester. Ich glaube, du weißt das genau. Ich weiß nur, dass mich die Luft hier unten sowieso umbringt. Also bringt es doch einfach zu Ende. Bitte, Rebecca. Noah wird an einem Ort namens Kingdom festgehalten. Ich muss ihn befreien. Können Sie sie nicht vielleicht so lange irgendwo oben unterbringen? Dieser Kampf hat uns allen ziemlich große Opfer abverlangt, Faye. Sie kriegen, was Sie wollen. Ich gebe es Ihnen. Du hast bis morgen Zeit. Enttäusch mich ja nicht, klar? Ich muss sagen, die Szene hat mir jetzt sogar richtig gut gefallen. Noah, mach's, begleite ich dich. Ich warte an der Schutztür auf dich. Doch, hier lang. Hat mir sehr gut gefallen. Das war jetzt gut geschrieben. Und die musikalische Untermalung war auch sehr ansprechend. Um es mal bitte geschnorkelt auszusprechen. Ich frage mich, wen das Konglomerat außer Noah noch da unten festhält. In den letzten Jahren sind eine Menge Leute verschwunden. Icarus, mein Lieblingslutscher. Ich bin immer erkältet, Entschuldigung. Du konntest Rebecca über ihren Kat nicht hinzurichten. Sie hat ja außerdem versprochen, deine Schwester in unterschlupfernde Oberfläche zu bringen, wo sie hoffentlich besser Luft bekommt. Kat ist weiter und abweisend, weshalb es sich schwer sagen lässt, wie sie über dich denkt. Ihr werdet euch weiter miteinander unterhalten müssen. Zuerst musst du nach Kingdom und Noah zurück. Ich finde immer cool, welche Sachen sie hier großschreiben. Ich bin bereit. Gehen wir. Icarus, ich weiß, dass dir Noah wichtig ist. Aber ich bin besser, wenn ich meine Runs allein durchziehe. Außerdem brauche ich jemanden, der hier bleibt und auf meine Schwester aufpasst. Bitte. Kannst du das für mich tun? Isabel Kruger ist deine Schwester? Ja. Ja, ist sie. Bitte, Icarus. Ich traue Rebecca nicht. Da ja auch, ne? Ich habe das Gefühl, dass er stirbt. Mach ich. Danke. Ich bin bald zurück. Oder ich traue der Story zu viel zu. Kann natürlich auch sein. Plastik. Hier ist eine riesige Schutztür im Weg. Oh, warte kurz. Tada. Wow. Was bedeutet jetzt so ein Wein? Nur aber. Die verbrauchen und in jede Menge Strom. Kannst du schweigen von den Datenströmen. Die Frequenz muss erinnern wegen der neuen Sicherheitsposten. Es wird eine Verbindung bestehen. Bestimmt. Oh. Oh. Ja, es geht tief runter. Das funktioniert so eine ganz gut. Meine Fresse. Hetzel. Da hängt sie auch noch automatisch dran. Hätte man nach seiner einfach irgendwo. Nein. Oh, ist das ein Bullshit. Ich bin da. Ich bin da. Fuck. Ah, jetzt wird er weg. Ja, ne. Was hättest du mir eher sagen können. Es ist hier nach Noah. Schon krass. Hoffentlich gibt es sowas in den Echten. So ähnlich wird es das geben mit Versuchen. Aber. Das ist schon ein bisschen sehr übertrieben hier. Verstanden. Erledigt. Hm. Verstanden. Erledigt. Erledigt. So. Engen Gang macht das doch. Stirb da einfach nur. Die Situation. Die Situation. Die Situation. Sie amüsieren mich. Wir müssen eine Lösung finden. Sie haben mich verrascht oben. Ah. Ja. Ihr Freund. Henry. Bei der Selbfreiung. Haben Sie kürzlich mal mit ihm gesprochen. Oh. Das ist ja übel. Na dann. Nicht schön, aber selten. Wie mein Gesicht. Warum ist das manchmal offline? Das verstehe ich, ne. Ich bin zu dumm dafür. Das Video. Ich muss das Spiro langsam mal kapiert haben. Ach so. Ja das hat. Wenig bis überhaupt nicht funktioniert. Also machen wir es nochmal. Jetzt. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Noah? Faith. Faith Corners. Ich kann es nicht fassen. Sie, ich kenne sie doch. Mein Name ist Amin Mera. Ich habe am Reflection Projekt geforscht. Aber ich hatte zu viele Fragen. Und als du die Pläne gestohlen hast, wurde ich zu Krogers Sündenbock gemacht. Ich kapier's nicht. Reflection ist doch nur eine neue Art von Grid Link. Warum ist es nur für alle so wichtig? Weil sobald es injiziert wird. Du wirst das Kongremang nicht nur jeden deiner Schritte verfolgen. Sie, sie beeinflussen auch deine Gefühle. Was? Das ist das Ende des freien Willens. Kruger arbeitet schon seit 20 Jahren dran. Seit deine Mutter die Neural Interface einst entwickelt. Faith, du musst mich hier rausholen. Da drüben ist eine Notfallentriegelung. Was war das mit meiner Mutter? Erika? Wir waren vor langer Zeit Kolleginnen. Ihre Forschung hat Reflection eigentlich erst möglich gemacht. Warum bist du hier? Ich suche einen Runner. Sein Name ist Noah. Ja, ja. Er wurde vor etwa einer Stunde abgeholt. Zu einem Verhör nehme ich an. Verhör, ja. Herr Zug, ich und ein paar andere planen einen Ausbruch. Würdest du uns dabei helfen? Natürlich. Diese Notfallentriegelung, oder? Wo? Nicht gut. Wir haben keine Zeit. Such nach dem Terminal für die Notfallentriegelung. Sobald ich hier raus bin, Hilde. Äh. Ich schätze, das hat nicht funktioniert. Oh. Oh. Das hat wohl nicht funktioniert. Es gibt keine Anfänger. Oh. 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 Ich dachte, das kann ich eleganter lösen. Ich mache es auch immer spannend. Nein, hier war ich noch nicht gut. Jetzt hält mir echt zuviel, aber jetzt passen wir auf, kleiner Homo. Ich drücke immer die falschen Tasten, das wollte ich machen, so. Ausdauer hast du mir die aufladen lassen, dann gucke ich mir die beiden Hittibites an. So, jetzt kann ich weiter gehen. Was? Was? Er ist fortergeschnitten. Er spricht nicht auf die Impulse an. Nun, er ist dich grundlegend bewusst, dass es nicht seine Gefühle sind. Wäre er ein normaler Mitarbeiter, dann ist er uns nicht mehr von Nutzen. Leiten Sie die Terminierung ein. Wir zerstören die Einrichtung. Gut, dass die alles bedienen können. Komm schon, ich bring dich hier raus. Der ist wohl bisschen tot. Nein, 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 nein. Tu mir das nicht an. Ich bin hier, ich hole dich hier raus. Ich bin hier raus. Faye. Er ist tot. Das ist Kruges Werk. Ja, dasselbe kann er jedem antun, dem Reflection injiziert wurde. Auch die und mir. Außer wir halten ihn auf. Wir brechen zur Black November Basis auf. Komm mit uns. Na los. Geht's. Nein, nein, du kommst mit. Los, ich halte sie auf. Was ist das? Jetzt passen wir auf, du kleine Homo. Wir kümmern uns darum. Bereit zu machen. Das wird. Das ist viel, man. Jetzt muss ich noch mal kurz warten. Ich würde sagen, da werde ich die Zeit nutzen und mich aus dieser Folge verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.